Sprechen wir jetzt im zweiten Teil über das Thema der fundamentalen Änderungen innerhalb der Corona-Krise. Wir haben es gesehen, weltweit Lockdowns, es sind keine Flugzeuge mehr geflogen, Reisewarnungen gab es, die Reisebranche ist gebeutelt, Exporte, Importe, alle Länder haben da massive Probleme, Lieferketten sind gestört. Es gibt ein paar Profiteure davon, beispielsweise wenn wir uns Aktienmärkte oder Aktien generell auch anschauen, sind natürlich beispielsweise Lieferdienste, das sind Netflix, also Streamingdienste, das ist eine Amazon. Also es gibt ein paar Profiteure und jetzt, wenn sich die Wirtschaft langsam wieder erholt, bekommen wir hier auch gewisse Ruhe rein, beziehungsweise die Aktienindizes laufen ja schon ein Stück weit mit nach oben rein. Bevor wir hier an dieser Stelle jetzt ins Detail gehen, muss ich nochmal ganz kurz auf die Folie 2 gehen. Hier möchte ich nochmal eben sagen, ich habe ja das zweite Video hier jetzt am Laufen, Risikohinweis, bitte in Gänze zur Kenntnis nehmen, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen, all das bitte hier an dieser Stelle auch mit aufnehmen. Und damit gehen wir jetzt einfach mal hier live rein in das, was mir hier, ja sag ich mal, auf dem Herzen so ein bisschen brennt, im Blickpunkt auch das Thema Portfolio-Mischung und da schauen wir uns jetzt einfach mal die großen Indizes mit an. Was wir hier schon immer mal besprochen hatten, wir starten einfach mal kurz durch mit dem DAX. Sauberes Chartfenster, wir gucken uns den DAX momentan auch einfach mal im Tagesschart mit an. So, da haben wir einen drinnen, kurzen Augenblick, ich muss hier nur mal kurz das Trading Tool deaktivieren. Ich möchte hier jetzt nämlich nicht aus Versehen einen Trade starten, auch wenn das natürlich in Teilen legitim ist. Wir laufen hier über die letzten Korrekturhochs, also beziehungsweise als wir hier im Kleinen drüber gelaufen sind, laufen wir hier durch. Also wenn wir uns den DAX mal im Kleinen anschauen, schaut mal, da war die Korrektur da, jetzt sind wir hier oben drüber gelaufen, also die Long-Szenarien haben hier durchaus weiter Potenzial und auch die Chance nach oben einzugehen und hier sehen wir ganz klar, was gespielt wird und hier sehen wir auch das, was ich mir persönlich auch vor einer ganzen Weile noch gar nicht vorstellen konnte, dass wir wieder mal nur eine v-förmige Korrektur haben. Also wir sind nach unten gekracht, ich mache das mal ganz kurz in die Woche rein, wir sind einfach nur nach unten gekracht und jetzt, ja, mehr gab es momentan nicht. Jetzt läuft der Markt einfach nach oben wie verrückt und wenn wir uns hier im DAX mal die aktuelle Wochenkerze anschauen, dann sehen wir, wie massiv das Ganze auch nach oben geht und das, liebe Traderinnen und Trader, das ist sozusagen die Vorausschau in die Zukunft, ja, weil die Unternehmen, die warten ja jetzt großteils, wir haben es in der letzten Berichtssaison gesehen, mit Unternehmenswarn, mit Gewinnwarnmeldung auf, teilweise werden Jahresprognosen rausgenommen, andere Unternehmen wagen es nicht einmal eine Prognose zu machen, und weil sie einfach, ja, hier nicht wissen, wie es weitergeht, weil die Planbarkeit einfach noch gar nicht da ist, ja. Und das sind so die Marker, die wir hier bei uns in Deutschland haben und nichtsdestotrotz, schaut euch an, was hier passiert. Wir haben massive Dynamik, wir haben einen riesig nach oben laufenden Markt und mittlerweile ist der Bärenmarkt auch rausgenommen. Rausgenommen, Bärenmarkt rausgenommen. Warum? Schaut euch das Ganze mal an. Hier, das war das Zwischenhoch. Hier, das war der Trend nach unten. Wenn ich das auf Tagesbasis zeige, sieht man es ein bisschen besser. Das heißt, ich mache mal kurz das Zeichentool hier aus GoToWebinar an. Schaut mal, hier, das war die erste Bewegung nach unten, dann gab es die Gegenbewegung und dann gab es die Abwärtstrendbildung. So, für alle, die, wo hier der Kopf jetzt verrückt spielt, das ist natürlich grün, wird sonst immer für den Aufwärtstrend genommen. So what? GoTo wollt ihr jetzt grün zeichnen für den Abwärtstrend? Wurscht, wir sehen trotzdem, der Abwärtstrend ist da. Hier oben, dieser Bereich, das war die wichtige Marke und hier, wir sind einfach drüber gelaufen, haben das Ganze rausgenommen und das Schöne halt, und das ist das, was wir ja schon oft besprochen hatten, hier in unseren Morning Briefings auch. Schaut mal, wir sind verortet in einem Aufwärtstrend im DAX. Der kam unten raus, das V war da, der Bärenmarkt ist rausgenommen. Wir sind tatsächlich oben drüber gelaufen und es schaut momentan auch aus, dass der Markt sich oben drüber stabilisieren kann und hier oben dann tatsächlich reinläuft in Richtung des Allzeithochs, was wir hier oben drüber haben, bei knapp unter 14.000 Punkten. Der Weg ist jetzt offen, ja, das ist ganz klar. Was wir hier jetzt noch sehen, ich mache mal kurz das Zeichentool hier aus. Was wir hier jetzt noch sehen, ist natürlich, hier oben haben wir noch einen Verkaufsbereich drinnen liegen. Der wird mit guter Wahrscheinlichkeit eine Rolle spielen. Also wenn wir uns den DAX hier an dieser Stelle mal anschauen und schauen, wo liegt denn der nächste Knackpunkt, wo die Märkte etwas durchatmen könnten, das wäre mal auf alle Fälle hier oben der Bereich um die 13.000 Punkte Marke Schotts. Das war ein Kampfbereich. Hier oben hat der Markt lange, lange Zeit versucht, immer wieder dieses Level zu verteidigen und ist dann auch nach oben rausgelaufen. Von der Seite her ist dieser Bereich mit hoher Marktbeachtung gedacht und hier ist dann sozusagen der langfristige Aufwärtstrend gebrochen worden. Das heißt, hier oben wurden auch viele, viele, sage ich mal, Positionen, die auf der Longseite abgesichert wurden, nach unten rausgeschmissen und das gab ja dann diesen riesenbrutalen Abverkauf. Da wurde einfach alles zu Geld gemacht, was man zu Geld machen konnte. Deswegen haben die Börsen halt auch so eine hohe Berechtigung, gerade auch in Krisen. Wenn man die Börse geschlossen hätte, dann hätte es eine massive Kapitalverengung gegeben. Viele Unternehmen hätten gar nicht an Geld kommen können. Von der Seite her hat das alles seine Bewandtnis. Und wie schon gesagt, hier oben die Punktemarke um die 13.000, das ist jetzt mal der wichtige Bereich hier, 12.000, 9.000, 13.000. Diese Marke, das ist der wichtige Punkt und das Ganze sollte man immer so ein bisschen auf der Uhr mit haben, wo wir da ran laufen, rein von der Verortung her. Aber hier sieht es gut aus und das ist das, was der Markt in Deutschland hier auch antizipiert. Wir sind ja momentan dahingehend unterwegs, dass wir sozusagen die Wirtschaft langsam wieder in Fahrt bringen können. Wir können Intraday, wollte ich sagen, wir können das Trader hören. Wir können innerhalb des Landes wieder reisen. Wir können den Urlaub in Deutschland planen. Die Hotels sind wieder offen, auch wenn nur erst mal mit gewissen Einschränkungen. Aber das Leben geht so Stück für Stück auch weiter. Und das ist halt einfach wichtig, dass wir das Ganze hier sehen. Und dass wir da auch sehen, dass die Unternehmen wieder anfangen, positiver in die Zukunft zu schauen. Auch wenn natürlich nicht alles positiv ist. Aber unsere Regierung sorgt ja auch dafür mit den Mehrwertsteuersätzen und, und, und. Dass durchaus auch Erleichterungen kommen. Klar, es gibt immer Pro und Contra. Nur wenn wir uns mal daran halten, was der Markt daraus macht, was der Markt hier spielt, dann sehen wir ganz klar, wir haben hier deutliches Potenzial zur Oberseite. Immer dann, wenn wir positive Nachrichten bekommen. Und das ist sehr, sehr interessant an dieser Stelle zu sehen. Hier zum Beispiel mit Blick auf den DAX. Jetzt, wenn wir uns das ganze Bild mal in den USA anschauen. Kleinen Augenblick. Ich mache mal kurz hier, muss mal kurz hier wieder alles rauslöschen. Sonst haben wir das Ganze gleich in allen anderen Charts auch mit drinnen. Also, wenn wir uns jetzt hier mal beispielsweise den US 30, also den Dow Jones mit anschauen. So, ich ziehe ihn mal rein. Da ist er. Das Ganze auch im Tageschart. Hier an dieser Stelle zu sehen. Auch hier kurz den Handel ausschalten. Das sehen wir auch hier. Wenn wir uns den Dow anschauen, schaut mal hier. Auch hier das Bild in der Woche. Ich habe es vorhin gesagt. Ich habe auch jetzt wieder das gleiche Bild hier. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass wir hier wieder mal nur ein V sehen. Aber es kam. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Händler auch immer schauen, was der Markt macht. Und uns nicht hinsetzen. Es kann nicht sein, dass das ein V wird. Ich kann hier nicht long traden. Weil wir sehen nochmal die tieferen Kurse. Da kommt man in Zugzwang. Also viele Leute sagen zwar, Gott, die Märkte, die sind so hoch gelaufen. Die müssen irgendwann wieder fallen. Aber wir sehen es ja. Das Geld fließt rein. Von den Notenbanken gibt es billiges Geld. Und man kommt halt irgendwann in Zugzwang. Die Fondsmanager, die können sich nicht am Jahresende hinstellen und sagen, naja, wir haben nicht performt, weil wir eigentlich erwartet haben, dass es keine V-Formation gibt. Sondern, dass es irgendwie ein L oder ein W gibt. Das ist ein bisschen blöd. Deswegen kommt dann der Zugzwang mit rein. Und das sind die Sachen, die wir hier ganz klar sehen. Der Markt ist nach oben getrieben. Und die Angst, die Rallye zu verpassen, ist deutlich größer, als die Angst hier irgendwann, wie man so schön sagt, mit runtergelassenen Hosen in einer massiven Gegenbewegung zu stehen. Deswegen läuft der Markt hier weiter. Und wenn wir uns das Ganze mal anschauen, hier, Blick in den Wochenchart vom Dow. Au, jetzt ist mein Mäuschen weg, da haben wir es. Hier, da oben, diese Marke, ist wieder die Marke, die wichtig ist. Schaut mal hier, das war der Bereich und den kann ich jetzt gleich langziehen. Das ist nahezu das gleiche Bild, wie wir hier im DAX gehabt haben. Hier oben, diese Marke, das ist ein wichtiger Bereich. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal im Tagesschat anschauen, dann sehen wir es auch. Hier drüben, das ist die Marke um die 27.000 Punkte. Das ist ein wichtiger Bereich. Da haben wir das Zwischenhoch. So, jetzt nehme ich nochmal kurz das Zeichentool. Zeichentool und Achtung, Gehirne bitte umschalten. Wir malen jetzt einen Abwärtstrend. Der sieht wieder grün aus. Also hier, das war der Abwärtstrend. Der ist nach unten gelaufen. Und der Gegentrend ist halt da. Genau wie wir das gerade auch im DAX gesehen haben. Hier, wir schwingen hier so ein bisschen durch die Gegend und schön nach oben. Und was wir hier halt auch sehen, wir haben hier sozusagen den Untertrend auch schön mit am Laufen. Der gibt uns auch schöne Bewegung. Also aus dem letzten Test hier unten, dieser Marke, die wir hier unten gehabt haben, um etwas unter 23.000 Punkten im DAO. Da sind wir schön wieder nach oben getrendet. Und jetzt wird es halt wichtig, was passiert hier oben an diesem Punkt, wo wir sagen, hier, dieses Level, das hier, was wir oben drin haben, also ganz knapp, die Marke von, naja, ungefähr 27.000 bis 27.100 in diesem Drehbereich. Was passiert da oben? Prallen wir ab, gehen wir erstmal in eine Korrektur oder laufen wir drüber Richtung Allzeithochs. Und es ist halt auch in den USA so. Der Staat und auch die FED sorgen dafür oder wollen alles dafür tun, dass sozusagen die Wirtschaft wieder in Schwung kommt. Und wir sehen es genauso wie bei uns in Deutschland. In Deutschland haben wir das sogenannte Kurzarbeitergeld, wo sozusagen Geld zu den Angestellten fließt, die sonst entlassen werden würden. Wo sozusagen auch der private Konsument etwas von den Förderungen hat. Genauso wie wir jetzt beispielsweise auch den privaten Konsumenten möglicherweise entlastet sehen, wenn die Mehrwertsteuersenkung nicht in die Preise umgemünzt wird, dass die Firma alles gleich behält, sondern die Preise wirklich senkt durch die Steuern. Und dann ist das sozusagen eine Förderung. Viele, viele Sachen werden billiger und dadurch ist das natürlich ein großer Vorteil. Und das ist auch das, was wir in den USA sehen. Da wird ganz klar auch die Konsumentenseite gestützt. Wir haben es ja beim letzten Mal gehabt, diese Triple-P-Programme, wo sozusagen die Konsumenten Geld bekommen. Es gab zwischendurch Schecks für die Konsumenten, also für die Angestellten sozusagen. All das, um sozusagen die finanzielle Seite zu entlasten. Wir haben diese massiven Anleihekaufprogramme, beziehungsweise die Geldüberflutung seitens der FED, die flutet ja den Markt auch massiv mit Geldern. Das alles sind wirklich Dinge, die hier die Wirtschaft stützen und die auch dafür sorgen, dass die Unternehmenslenker Stück für Stück wieder positiver in die Zukunft schauen. Dieses Geldflut mildert etwas das ganze Geschehen an sozusagen der Rezession ab, dass diese nicht so brutale Auswirkungen hat auf die Gesamtwirtschaft. Und wenn sich das Ganze alles wieder beruhigt, dann haben wir gute Karten, dass die Wirtschaft zwar in der Rezession ist, aber vielleicht sich doch ein bisschen besser entwickelt, als man das zuerst befürchtet hat. Und das sehen wir jetzt auch hier, der Dow schön nach oben laufend. Wir sehen es nachher auch beim Tech, den wir in den USA haben, also beim Nasdaq, der ist schon wieder am Allzeithoch. Das Ganze sehen wir hier und da sehen wir auch, dass diese Lockdown-Maßnahmen, die jetzt langsam auch rausgehen, dass der Markt wieder anfangen kann zu arbeiten, dass die ersten Fluglinien wieder fliegen. All diese Dinge sind gut und das ist das Positive, was der Markt hier spielt. Also hier, auch im Dow Jones, wir sind schön nach oben dabei und wir können an dieser Stelle weit, 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 weiter nach oben laufen. Das heißt, wenn es hier tatsächlich dazu kommt, wie wir es im Nasdaq auch sehen, dass wir die alten Hochs wieder anlaufen, ist ja auch viel Potenzial da. An dieser Stelle im Dow wäre es jetzt natürlich wichtig, dass wir auch hier dieses Zwischenhoch um die 27.000 Punkte mal rausnehmen, also dieses hier. Und das wäre dann ein extrem bullisches Zeichen, das wir hier am Markt sehen. Ein gleiches Bild sehen wir ebenfalls, wie schon gesagt, im DAX und das sehen wir auch im S&P 500. Da sind wir hier oben, schaut mal daran, kleinen Augenblick, so, das haben wir hier an dieser Stelle, schaut, da ist ebenfalls der Verkaufsbereich. Dieser Verkaufsbereich hat in der Vergangenheit ebenfalls eine Rolle gespielt. Das heißt, hier an dieser Stelle, wenn wir ein Stückchen weiter nach hinten schauen in den Chart, schaut mal hier drüben, das war der Bereich hier drüben, der war hier schon mal marktrelevant sozusagen. Das war hier der Kaufbereich. Dann sind wir hier drunter gefallen, haben den Aufwärtstrend sozusagen nach unten hin, oder die Abwärtsdynamik massiv bestätigt. Hier über diesen Bereich, das kam im S&P 500 übrigens auch rein schattig, natürlich deutlich eher, da war es hier in diesem Bereich schon um die 3.200 und ein paar, eine 30 Punkte soweit. Aber nichtsdestotrotz, auch hier stehen wir an einem wichtigen Level. Dieses Zwischenhoch hier an dieser Stelle, das ist der wichtige Bereich, da gilt es drüber zu laufen. Und da sind wir gestern ein bisschen drunter verschnauft. Jetzt laufen wir allerdings wieder auch schon schön nach oben und wenn wir hier tatsächlich diese Marke rausnehmen, dieses kleine Zwischenhoch rausnehmen, dann haben wir wirklich gute Karten, nach diesem Widerstand tatsächlich weiter nach oben rein zu laufen. Und hier, sage ich mal, wenigstens erstmal das nächste Level im kurzfristigen Bereich, um die 3.200 und, naja, 20 Punkte Marke in Angriff zu nehmen. Und dann steht hier in diesem Bereich auch schon das Allzeithoch wieder mit im Rahmen. Also hier auch da, die Bullen sind schön unterwegs, die Lockdown-Maßnahmen, die hier rausgehen, wirken am US-Markt und das sehen wir auch hier. Und das sehen wir unter anderem auch sehr, sehr deutlich, wenn wir uns den Nasdaq mal anschauen. Das gucken wir uns jetzt mal an und danach gehen wir mal noch auf ein paar europäische Indizes ein. Das heißt, wenn wir uns hier den US-Tag einfach mal anschauen, da sehen wir, der steht schon wieder am Allzeithoch und das zeigt mal die massive Stärke des Technologiesektors. Und das sehen wir einfach auch, der ist aus dem V auch von unten rausgenommen und konnte in den letzten Tagen bzw. Wochen halt auch massiv zulegen an dieser Stelle. Eine Sache möchte ich hier an diesem Punkt mal noch mit beleuchten. Die Korrektur sah hier natürlich etwas anders aus, also wir sind hier ein bisschen anders reingelaufen als an den anderen Indizes. Aber schaut mal hier, da unten ist der Trend, dieser größere Trend, rausgenommen worden. Das war hier auch dieser Bereich, um die, wartet, kleinen Augenblick, Preisschild kommt rein. Hier ganz knapp die Marke von etwas unter 9.000 Punkten, 9.000 Punkte, 8.960 in etwa, dieser Drehbereich da unten. Der war wichtig, der wirkte hier unterstützend, ist dann zum Widerstand geworden an dieser Stelle. Und hier sind wir jetzt draufgelaufen, hier der Trend läuft auch schön nach oben hin. Eine Kleinigkeit sollte man hier immer so ein bisschen beachten, wer die Märkte jetzt hier sich auch anschaut. Im kurzfristigen Trading, hier wird es natürlich jetzt sehr, sehr interessant, was passiert. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir hier, schaut euch mal, wir verbinden jetzt einfach mal hier eine Oberseite und eine Unterseite. Und da können wir sozusagen hier, kleinen Augenblick, hier schon relativ gut erkennen, was ich meine. Wir haben hier eine stärker steigende Unterseite. Das heißt, wir haben hier definitiv einen Keil. Und wenn man sich das Ganze in der Verortung mal anschaut, kann es unter Umständen tatsächlich auch dazu kommen, dass wir erstmal hier ein bisschen Luft holen, ein bisschen Korrektur sehen, die wir nach unten reinbringen. Und dann haben wir hier mit Blick auf den Nasdaq, den größeren Unterstützungsbereich hier in diesem Kauflevel, was wir haben. Ich mache es mal eben grün, damit es sich abhebt. Also dieses Kauflevel hier um die Marke vom Ausbruch. Also hier, da hatten wir das Ausbruchlevel, ganz knapp die Marke von 9300 und über den Daumen um die 45. Das ist ein Level, das hat Marktbeachtung gehabt. Da haben wir immer mal schon drunter gespiked hier, aber sind immer wieder hochgelaufen. Durchaus im Kurzfristbereich, wenn wir aus diesem Keil nach unten ausbrechen sollten, das wäre mal der erste Anlaufbereich. Das wird interessant zu sein. Ansonsten, wie schon gesagt, hier oben ist allzeit hoch. Und wenn hier tatsächlich wieder deutliche Käufer warten, dann haben wir hier auch zu erwarten, dass der Markt schön nach oben läuft. Und wenn wir uns mal eine runde Marke suchen wollen, hier nach dem Hoch von, ja wo haben wir das Hoch hier oben gehabt? Gucken wir mal, das Hoch haben wir gehabt bei 9755 hier in diesem Chart. Da sind die 10.000 Punkte natürlich psychologisch auch in Greifweite. Also ich bin wirklich sehr gespannt, was hier kommt. Und ich denke, Zünglein an der Waage, gerade im kurzfristigen Bereich, könnten durchaus die Non-Farm-Paywalls heute Nachmittag in den USA mit sein. So, jetzt haben wir mal den DAX durch. Und wir haben mal durch die drei US-Indizes. Und was ich jetzt gerne mal noch machen möchte, ist dieses Bild nehmen und sozusagen auf ein paar europäische Indizes mit ausweiten. Weil Thema Nachholbedarf ist ja immer ein wichtiges Thema. Und wer hinterherrennt oder beziehungsweise wer Nachholbedarf hat und sich das Ganze auch bessert, beziehungsweise in gewissen Maßnahmen auch hinterherläuft, ich sage da nur mal Italien oder was haben wir hier noch an Indizes, Spanien, das ist natürlich prädestiniert. Wenn man sich das Ganze mal anschaut, hier der Chart von Italien. Guckt euch mal an. Der ist natürlich, ja, sieht der ganz anders aus als der DAX. Der DAX, der ist schon hier über das Zwischenhoch drüber gelaufen. Kurz einen Augenblick. Auch hier mache ich mal kurz die Trading-Plattform aus. So, weg haben wir es. Schaut, hier oben. Das ist das Bereich oder der Bereich des Zwischenhochs, den wir hier haben. Der ist hier bei Weitem noch nicht rausgenommen. Wir haben hier noch das Riesengepp drinnen. Das muss erst mal geschlossen werden. Also, das heißt, wenn wir uns den Index mal anschauen, hier oben, da haben wir zum einen der Bereich des Zwischenhochs um die 22.400 Punkte Marke. So, das wäre das eine. Das zweite, hier, das Thema Gap-Close, das ist tatsächlich Potenzial. Was wir hier sehen, wieso ist denn das hier oben noch Nasdaq? Wir haben hier den italienischen Index. Wartet mal kurz einen Augenblick. So. Liebe Metatrader, wir gucken uns jetzt hier den italienischen Index an und nicht den Nasdaq. So, machen wir mal so. Mal gucken, ob es funktioniert. Das ist ja wieder unglaublich. Also, hier haben wir es drinnen. Weg nach oben, deutlich auch da. Schöner Aufwärtstrend ist auch da, ganz klar. Ich zeichne es mal ganz kurz ein hier an dieser Stelle, den Stift an. Also hier, grob. Hier. Da hat sich der Trend gebildet. Und hier auch die schöne Dynamik nach oben ist schön zu sehen, ja. Wie schon gesagt, der nächste Anlaufpunkt, den wir haben, der ist jetzt hier oben an dieser Stelle, den Gap-Close. Aber was wir hier mit Sicherheit auch haben, ist eine wirklich schöne Chance, den Markt hier auch noch deutlich weiter nach oben begleiten zu können. Weil die ganzen Lockdown-Maßnahmen oder die Wirtschaftsschwächung hier, die hat ja Italien auch extrem scharf getroffen, ja. Also, wenn man sich mal die Korrekturen, also die Gegenbewegung nach unten auch anschaut, die sind ja rein vom Bild her, ja. Ähnlich dem gewesen rein vom Bild, nicht von der Korrekturtiefe oder von der Tiefe der Gegenbewegung. Aber an sich ist es ja schon da, dass wir sozusagen sagen können, wir sind extrem tief runtergelaufen. Und wenn man sich das Ganze hier im italienischen Index auch mal anschaut, hier oben, wir haben tatsächlich, wenn wir oben reinlaufen, in Italien, ganz klar, der ist extrem weit weg, der Markt vom Allzeithoch. Ähm, da brauchen wir nicht drüber reden, da sieht der deutsche Index ganz anders aus. Aber, was wir halt hier einfach haben im großen Bild, wir haben da oben um die Marke von 24.000, das haben wir, jetzt muss ich mal ranrutschen, 24.100. Wir haben da oben einen Deckel drauf, wir stehen jetzt bei 20.042 Zählern aktuell. Das heißt, wir haben nach oben hin noch einiges an Luft, wenn wir uns das Ganze mal anschauen. Wir haben das Zwischenhoch, hier, wenn wir uns mal kurz die Woche bzw. den Tag anschauen wollen, hier, da haben wir die 22.04 rein, wenn man das Bild mal anschaut. Wir haben nach oben äußerst viel Luft und wenn wir jetzt sozusagen die Lockerungsmaßnahmen in Italien sehen und die durchaus positive Auswirkungen auch auf die Wirtschaft haben, dann könnten wir hier durchaus einen Nachlauf sehen, der ordentlich Performance nach oben mitbringt. Und das Ganze kann man schön zum Traden nutzen, gleich nicht Zwangsläufe im Intraday-Bereich, aber die Swing Trader, warum nicht, das kann man nutzen. Schauen wir uns das Ganze mal in Spanien an, an dieser Stelle, hier, der italienische Aktienmarkt, den sehen wir hier an dieser Stelle ganz klar mit dran. Und wir sehen im spanischen Aktienmarkt das gleiche Bild. Wir haben einen Markt, der sozusagen weit nach unten korrigiert hat. Er ist ja auch hier mit Gaps gesegnet, aber auch hier, wir haben nach oben hin deutliches Potenzial. Schaut mal, hier haben wir einen Verkaufsbereich, das ist Nummer 1. Das Zwischenhoch, was wir vorhin auf den anderen Indizes auch gesprochen haben, das liegt vom Trend her, vom Abwärtstrend, das liegt bei 9.000 Punkten. Wir stehen jetzt bei 7.758. Das heißt, guckt euch mal den Wochenchart an, sollten wir irgendwo in diese Region da oben reinlaufen und dieses Level, wo wir gerade sind, dieses Widerstandslevel, hier, diese Marke, tatsächlich nachhaltig aus dem Markt rausnehmen können, haben wir durchaus Potenzial nach oben zu laufen und zwar ordentlich rein zu laufen. Und das Ganze hier, wenn wir uns den Tagesschart mal anschauen, wir haben da Potenziale. Nummer 1 hier, das Thema Gap Close ist ja da. Der Widerstand, den wir hier unten drinnen haben, jetzt muss ich nochmal kurz zusammenzoomen, da kommen wir gar nicht ran, den haben wir ja im Monatschart gerade gesehen, hier um die 7.700 Punkte. Da arbeiten wir uns gerade nach oben durch und da haben wir jetzt das Potenzial tatsächlich, schön nach oben zu laufen in Richtung der 8.300 Punkte Marke. Und wenn das Thema hier auch noch rausgenommen wird, schaut mal weiter nach oben gehend, also das ist dann schon ein bisschen Zukunft, das Potenzial ist aber trotzdem da, wenn auch dort die Wirtschaft in Spanien irgendwann wieder abendspringen sollte, knapp 8.980 Zähler, die haben wir auch da. Also hier auch durchaus interessant, immer mal ein bisschen mit reinzuschauen, um das Ganze hier auf der Indexseite zu beleuchten. Und dann schauen wir als letzten Index nochmal nach Großbritannien. Hier die Briten an dieser Stelle, durchaus auch interessant, was man da sieht. UK 100, das Kürzel hier an dieser Stelle. So, lassen wir mal kurz den Chart durchladen. So, da ist er. Auch hier nehme ich mal kurz noch das Handelstool raus. Und wenn wir uns das Ganze anschauen, hier, da haben wir aktuell schön auch den Untergeordneten, also den Aufwärtstrend am Laufen. Das ist Nummer 1. Nummer 2, was wir hier schön sehen, schaut mal hier, haben wir wieder das Thema mit diesem massiven Abwärtsgap. Das haben wir um die Marke von 6.500 Punkten liegen. Da sind wir gerade dran. Der Markt trendet auch schön nach oben. Wenn dieses Level rausgenommen wird, ist als nächster Potenzialpunkt obendrauf hier die Marke von knapp 7.000 Punkten dran. Also hier 6.000, 9.000, 7.000. Durchaus ein Anlaufbereich, den wir hier mit reinleihen können. Und wenn wir uns das Ganze mal anschauen, wir haben hier oben die Allzeithochs liegen, wo dieser dicke Balken ist. Da haben wir durchaus Potenzial mit reinzulaufen. Und wie schon gesagt, wenn wir hier tatsächlich dieses Hoch rausnehmen, dann ist auch hier aus charttechnischer Sicht der Bärenmarkt raus. Und das ist das Potenzial, dann noch weiter nach oben zu laufen. Und hier haben wir schön einen Nachholeffekt. Und bei der britischen Wirtschaft ist ja zum einen natürlich jetzt der Covid-19 oder das Covid-19 Thema eine sehr belastende Faktor. Wir haben einen extrem schwachen Arbeitsmarkt in Großbritannien. Aber auch hier, wenn die Wirtschaft wieder in Schwung kommt, könnte das positiv wirken. Das ist das eine. Das zweite, was man hier mit im Hinterkopf haben sollte, das Thema Brexit. Da spricht man momentan nicht so drüber. Aber es ist natürlich so, die Brexit-Verhandlungen sind natürlich auch noch da. Da muss es auch noch Deals geben in diese Richtung. Und wenn das alles irgendwann in trockene Tücher kommt und das Ganze sich doch positiv entwickeln sollte, dann könnten wir durchaus ein weiteres Aufwärtspotenzial sehen, weil das dann langfristig natürlich auch positive Entwicklung auf die Wirtschaft in Großbritannien hat. Und damit sehen wir auch hier, wenn die 6.400 und ein paar 1.60 hier am Gap tief, also hier, da wurde ja das Gap gerissen, das war das Tagestief, dann ging es nach unten. Wenn wir diese Marke rausnehmen, diesen Widerstandsbereich hier, dann steht der nächste Weg erstmal relativ frei Richtung 6.880 Punkten im britischen Index. Also durchaus einen Blick wert, gerade auch für die Swing Trader. Wenn wir uns mal beispielsweise das Ganze hier im britischen Index auch anschauen wollen, schaut mal, wir haben hier den Stundentrend sehr, sehr schön nach oben aufwärts gerichtet und wir sind hier sozusagen in der Trendfortsetzung. Das heißt, wenn wir tatsächlich hier oben dieses Hoch rausnehmen, dann setzt sich schön der Stundentrend nach oben fort und dann haben wir auch gute Chancen, hier über den Widerstand drüber zu laufen und das sind so die Kaufsignale, die dann auch immer wieder kommen. Und wenn wir hier im Widerstand tatsächlich auf reges Kaufinteresse stoßen, dann haben wir gute Chancen, nach oben zu laufen und wie sowas ausschauen kann, das sieht man beispielsweise, wenn wir uns hier mal die Währung anschauen, auch etwas, das sieht man ja oft oder nicht so oft, aber ich will es trotzdem nochmal besprochen. Schaut mal hier, hier hatten wir auch in den Währungen, in dem Moment ist das jetzt Euro-Singapur-Tollar, das hatten wir hier gestern früh besprochen, hier haben wir ein Korrekturmuster gehabt, hier ist der Aufwärtstrend am Laufen, hier setzt sich der Aufwärtstrend fort, der hat diesen Verkaufsbereich rausgenommen und da kam ordentlich Dynamik rein und dann sieht man, wenn der Markt solche Level spielt und an solchen wichtigen Widerstandsleveln plötzlich die Verkäufer weg sind und ihre Positionen schließen, müssen die auf die Käuferseite treten und dann gibt es oft Dynamik nach oben und das sehen wir immer wieder und diese Chancen, die kann man als Trader sehr, sehr gut nutzen, um hier etwas Performance zu machen. Dann sage ich an dieser Stelle, ja, sind wir mit dem Thema durch, ich sage danke für die Zeit an dieser Stelle. Nächste Woche möchte ich ganz gerne am Freitag mal darüber sprechen, wie wir bei Währungen Stärke und Schwäche nutzen können, um uns entsprechend zu positionieren, um Handelsideen auch zu suchen. Das heißt, nächste Woche sprechen wir sozusagen mal über Einzelwährungen, da gibt es ja sogenannte Währungskörper und da schauen wir mal, was Schwäche und Stärke bedeutet, wie man das Ganze ins Trading einbeziehen kann und auch, sage ich mal, antizipieren kann, was der Markt macht. Das Ganze gibt es nächste Woche Freitag im edukativen Teil, freue ich mich auch schon drauf, ist ein interessantes Thema. An dieser Stelle sage ich danke fürs Zuschauen. Däumchen hoch auf Facebook, wenn es gefallen hat, empfehlen Sie uns weiter, abonnieren Sie sehr, sehr gerne auch den Tickmill YouTube-Kanal, damit Sie hier nichts verpassen, melden Sie sich für das Webinar an. Wir haben ja hier auch schon viele Live-Zuschauen an dieser Stelle und damit freue ich mich über heute wieder viele Zuschauer. Allen ein schönes, entspanntes Wochenende und bis nächste Woche den Blog-Eintrag, also das Research am Sonntag sozusagen, gibt es am Sonntag wieder zur Marktvorbereitung für den Montag und wir sehen uns an gleicher Stelle Montag um 8.30 Uhr für die Marktbesprechung. Ich sage danke, gute Trades und bis nächste Woche. Tschüss.